Schrift unten links. Äh, ja. Als du nach hinten bist. Sebastian. Hallo Magnus. I wasn't expecting to see you alive. And yet here I am. I'll come for you. Sebastian at the Tikvarchelli siege from his base in Gori. That meant I could soon get to him in time. I couldn't miss such an opportunity. Bisschen was aus der Richtung Transformer. Sind wir jetzt live? Nein. Nur aufgenommen. Darf ich dann fliegen? Wenn man die Farbe schwarze hat, werde ich dann nicht mehr. Nein, genau. Die Farbe sieht man dann gar nicht. Nimm knalliges Rot. Die Basis war zu weich, um den gesamten Druck zu behandeln. Und die Basis musste auf externe Kraftwerke. Das hat Dinge viel leichter gemacht. Wir wollen hier kommen. Wunderbar! Wunderbar! Wunderbar funktioniert! Keine Rückträger! Macht ihn nicht dran. Keiner ist noch. Einmal extra für die Aufnahme. Vielleicht noch eine geben, ja? Ja, ja, mach! Oh, jetzt kommt er! Der grölt dann da so rum. Na gut, ich sag dann mal bis später. Ja. Richtig. Sebastian, all I want to know is why. You can't be serious. You can't be serious. Use a laptop camera. Douglas' guys gave me everything they found. You became a problem, Magnus. But why the whole charade? Why didn't you just have me killed? I would have. But you already had too much influence. I don't want to fight my own security service. No, Magnus. I had to destroy you first. And I did. And for that he leveled an entire city. And killed a lot of people. Sebastian was never what you'd call a good guy. But this time he really outdid himself. ¡SHARE! In the extra time! TRIGGER! 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 PANZER! TRIGGER! TRIGGER! Wer hat's? Der Belly da? Ja, der scheint's vorher links. Kann ich nicht um die Ecke gehen, denn... Oh shit... Kann ich nicht um die Ecke gehen... Der Belly macht was... Der Belly war gekettet und auch... Die Linkspillen von Subshit angeschaut... Der Belly ist neu... Oh, Artin ist voll, der hat mich hier hinten stellen. Der schießt auf dem Trellegel... Oh, ey, voll vorstensig. Ich komm zu dir nach Starten. Ich hab echt einen Transformator in der Platte. Ich war's einfach. Oh ja, danke. Müller auch hier. Müller auch hier. Müller auch hier. Muss nachladen. Müller auch hier. Oh, ihr habt mich bald, ihr habt mich. Amerika dringend ist. Was ist das? Was ist das? Alter. Öh. Ach, ich bin da. Ach. Ach, was das? Ach, was das? Ach, was das? Oh Gott, das ist das. Oh Gott, das ist derola. Oh Gott, das ist derola. Ah, egal. Manfrediert euch bitte auf die Hubschrauber. Ist aber noch die Arten. Okay, Toro. So, wann sollen wir uns noch mal treffen heute dann? Rechts denn? Woher schobst du mich denn hier? Ja, die Art nach oben. Der Jünger schon. Der wollte gerade auch nutzen. Ja, ja, aufladen. Das ist nicht so schlimm, ich bin noch. Ach, blöd, Mann. Voll. Gut, schauber, ober. Direkt. Ja, ja, schauber, schauber. Tor geht auf, Tor geht auf. High five. Vielleicht hat er auch hier ist. Ja, die Art hier sind richtig oben stehen. Ach, dann können wir mal reinfahren. Mit der Billebock ist schon weg. Ich glaube nicht, die steht ihn nicht. Ich fahr mal. Jetzt ist es weg. User joined your channel. Hallo. Hi. Was ist denn mit der Artillerie oben? Aber ich bin vorsehen. Brauchbar. Oh ja, genau, der Stein ist kaputt. Achtung, Heim! Gehst du den mit Raketen? Ich hab da alles drin, ja so. Ich hab aber auch nur noch 6 Stück und dann war's das, dann kann ich nur noch mit zu gucken. Ja, dann nimm du den Brennlay raus. Ja, ich schlag grad nach. Wir gehen auf den XM-Link. Brennlay ist weg. Heisen kann ich auch noch einen mitgeben. Schön, das können wir auch den nicht nehmen. Ich mach jetzt nicht reinpacken. Wollte ich aber. Oh man, warum denn nicht? Ja, weil ich grade schießen wollte, falls du's gemerkt hast. Ja, aber da guck dann nicht die Art hier auf, dann normal. Was ich da von rechts auf fasse, die schießen auf die Straße hier hoch. Ah ja. So, ich bin jetzt leer. Ich stell mich mal hier in die Kugel. Ich hab nämlich keine Mütigung mehr. Jetzt mal in der Fall 출hege,ONE. Alle Einschwerden die Regards jetzt! Werden Sie оруж,好了. Oh man, ich bin klar, woso mache ich. So, wenn du ein Abonniert hast, nicht Es war gut zu sehen, Magnus. Ich hoffe, dass wir nie wiedersehen können. Ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn verletzt. Es gab almost keine Hoffnung. Almost. Ich brauche Hilfe. Ich kann nicht mehr ausgehen. Ich weiß. Reinforcements sind auf der Weg. Wir werden das zu Ihrer Liste von IO News. Natürlich. Kannst du da stehen? Nö. Park hier sauber ein. Lowie, was warten Sie? Kannst du noch nebenan stehen? Das ist ein Platz. Da ist nichts, aber. weit oben. So Sebastian escaped and I was still being hunted. Ich nehme mich auf. Kannst du noch nicht? 40 Sekunden. Ich muss dich halt dringen. 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 Nein. Das ist ein Kommentar. Bleib mal stehen. Ich muss dich halt dringen. Du kannst dich auf den schießen, aber du musst ihn erzählen. Der ist doch noch so klein, der Obi. Und den kann ich doch nicht schießen. Der ist doch so süß. der ist doch so fast. Ich werde ihn besiegen! Das ist ja unglaublich. Aber unser Gequatschen hat du nicht aufgenommen, oder? Das ist mit drauf. Das ist alles mit drauf. Das weh, hab ich ja gefragt am Anfang. Na schön. Aber wenn ihr das nicht wollt, dann lade ich das auch nicht hoch. Wenn's für dich ethisch in Ordnung ist, was wir da alles gelabert haben? Ja, doch. Ist alles okay. Ich hab letzte Nacht der Video online gestellt über die WOT-Campaign-Clubs. Das hört sich viel schlimmer an. So, ich mach jetzt ein Päuschen. Ja. Dann treffen wir uns wieder. Das ist das Ergebnis. Machen wir alles gut. 17.30 Uhr muss ich schon rüber auf das Gequatsch. Aber ich denke mal, naja. 26 Fehlschüsse hier. Ja, sollte es gleich losgehen, dann sind wir mal so auch um den Dreh da. Wenn was ist, dann einfach rotzappen. Richtig. So, das war Kapitel 4, Festung im Kampfzug mit den Kollegen aus dem Clan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis denn. Ja. Wie hast du das jetzt auch nochmal alles mit aufgenommen? Ja. Wie hast du das jetzt auch nochmal alles mit aufgenommen?